Hallihallo Hallöchen, da bin ich wieder. Ich habe gerade noch einen Bomber im Mund, weil ich denke, ich habe mein optionales Ziel. Da muss ich mal aussteigen, weil ich im Moment ziemlich am Wust bin. Da ist ein optionales Ziel. Muss ich natürlich erst mal scannen. Lassen wir die Ziele mal Ziele sein. Und marschieren mal auf. Das ist echt schwer zu erkennen hier. Das war der letzte. Danke. Falls Sie mal irgendwelche wichtige Ziele erledigen wollen, markieren Sie sie einfach mit Ihrem Visor und geben Sie uns ein paar Minuten Zeit. Okay. Das war einfach. Das hätte ich jetzt nicht so einfach gedacht. Nein, ich will den Panzer nicht verlieren. Oh. Hm. Wow, was sind das denn? Was sind das denn so viele? Hier. Der Junge ist ja natürlich tödlich. Ich muss irgendwie näher rankommen. Oh, guck mal. Da hat eine amerikanische Flagge vorne drauf. Nein, 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 nein. Wir fahren uns hier nicht kaputt. So. Ich würde sagen, wenn die eine Hunde hier schon eine Mörsereinheit haben, guck mal einer an, da sind sogar Daten. Oh. Okay. Ziel erfasst. Feuer. Okay. Ziel ist getroffen. Oh. Klasse. Erfasst. Klasse, los. Das ist natürlich praktisch. Werfer. Mörser sind leer. Die sind auf Sicht gestellt. Ah, okay. Na dann. Was war eigentlich hier? Ach so, noch eine. Also, die Daten habe ich beinahe vergessen. Ah, okay. Jungs, ihr seid eine beschissene Mörsereinheit mit nur zwei Mörserraketen. Na ja, gut. Den Rest werden wir wohl auch irgendwie allein schaffen. Ich meine, wir haben ja einen Panzer. Nicht unbedingt mit Mörsermunition. Aber, ähm, da haben ja schon Raketen und so. Oh, was geht denn jetzt ab? Nein. Verdammt, ich habe den scheiß Panzer versenkt. Oh, so ein Mist. Scheibenkleister. Ähm. 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 Nehmen wir das. Ich hoffe einfach mal. Oh, Gott. Ich habe tatsächlich meinen Panzer versenkt. Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Ich habe tatsächlich meinen Panzer versenkt. Wachsende Xenosef-Präsenz in Sektor. Allgemein. Garten-Salle-Einheiten. Garten-Salle-Einheiten. Los, aber rein. Markieren Sie die Ziele mit Ihrem Visor. Ah, ja. Jetzt waren wir also. Alles klar, alles klar. Ich darf meinen, darf meinen verdammten Panzer... Du hast ja keine Ahnung. Dann, äh... Das, das ist, das ist echt nicht, ähm... Mist. Panzer versenkt. Was Blödsinn. Ah, ich habe sie ja schon eingesammelt. Alles klar. Ähm... Ziel ist getroffen. Erfassen. Mörser los! Hm. Das sind schon echt heftige Mörser. Ähm... Ich versuche jetzt mal den Panzer... weiter mitzunehmen. Kann natürlich sein, dass da überall Wasser jetzt ist. Und wir da eben... dass wir da eben nicht durchkommen. Ich würde mal kurz die Karte sch... gucken. Naja, weil hier... Hier sind wir ja langgekommen. Dann könnte ich hier, weil hier so viele Inseln sind, lang... Und versuchen hier irgendwie weiter zu kommen. Mal sehen. Hauptsache wir versenken das Ding nicht wieder. Das wäre ein bisschen... Das wäre uncool. Wir fahren mal durchs Wasser. Da sind keine Steine mehr. Oh... Ja, aber da wäre das Wasser schon wieder tief. So können wir da am Rand fahren. Das ist ja unter Garantie nicht tief. Wäre echt lächerlich, wenn das jetzt so tief wäre. Lass mal dann versinken. Könnte... ... das ist ja auch immer. Ja... Hm... Wir haben Stachdorfens... Wäre es jetzt doch noch ein bisschen tiefer. Hm... Was ist die Frage? Hm... Ja, kommen wir eventuell nicht durch. Mal sehen. Vielleicht haben wir da einen... Weg, der uns... irgendwo hinführt. Aber das sieht noch nach einem Weg aus. Oh... Ah, hier. Ja... An alle Einheiten! Rebel Voucher 9 am Boden! Auf Verstärkung! Wir nehmen hier sechs SPZ! Ich höre, dass Sie sind in der Nähe! Wir sitzen jetzt ziemlich in der Scheiße und würden uns über Hilfe freuen! Okay, das Ding wirft immer noch! Das ist nicht gut! Hm... Okay, das Ding wirft immer noch! Das ist nicht gut! Boah, im Ernst? Boah, im Ernst? Mhm, 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 mhm... Hm... Hier ist Romeo India 6 SPZ! Ich höre, dass Sie sind in der Gegend! Wir sitzen hier ziemlich in der Scheiße und würden uns über Hilfe freuen! Das Problem ist, wenn die jetzt anfangen, mit irgendwas zu feuern... Boah! Glück gehabt! Dass ich mich da schräg in die Position gebracht habe, hat mir jetzt den Arsch gerettet! Wo ist dieses verdammte Teil? Da! Okay, nein, da! Habe ich es erricht? Habe ich es erricht? Sag nicht, dass mein verdammtes Fahrzeug rennt! Hm... Nein! Im Ernst? So, ich fahr das... Mal da hin... Würde dann... Hoffen, ich habe... Nein, habe ich nicht... Drei... Und... Es könnte problematisch werden... Und... Es könnte problematisch werden... Verdammte Flugzeuge! Ob der Schock helfen würde? Ich glaube es nicht, aber man... Müsste es halt probieren... Und getroffen... Die Frage ist jetzt allerdings... Ist das Ding jetzt kaputt oder nicht? Keine Ahnung... Keine Ahnung... Das bringt auch nichts... Oder doch? Mhm... 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 Jetzt hätte ich noch... Jetzt hätte ich noch Anti-Personen-Munition... Mhm... Und ein weiteres Flugzeug... Was hier irgendwo... Überweg sein müsste... Ja, merke ich... Au! Da ist ein... Was ist da? Mhm... Gut... So... Steigen wir mal aus... Nein... Drei... X... Elektro... Okay... Noch nicht nah genug... Hm... Kommt der Flieger wieder? Da oben wäre einer, aber... Wieso bin ich denn in Gefahr? Wer sieht mich denn hier? Nein... Nein... Gar nicht... So... F... Nicht D... Okay... Das kam jetzt vielleicht ein bisschen spät... Aber es hat funktioniert... Das Ding ist hinüber... Ich bin zwar noch in Gefahr... Theoretisch... Aber was soll ich... So... Auf 6 Meter muss ich ran... Einmal gehackt... 42 Meter... Gut... Das ist ein Antipanzer... Oh... Oh... Datenpaket... Wunderbar... Hm... Gut... Ich weiß ja... Was mich da hinten erwartet... Hm... Von daher... Würde ich sagen... Steige ich jetzt mal aus... Alles klar... Ist nicht verpackiert... Okay... Okay... Ich hoffe... Das schießt auch auf Flugzeuge... Stark genug ist es dafür... Ja... Das schießt zumindest auf etwas... Okay... Okay... Das scheint eine andere Kanone gewesen zu sein... Auch nicht schlecht... Hm... Hm... Okay... Ich wundere mich wo das zweite Flugzeug ist... Was hier eigentlich... Hätte sein sollen... Vielleicht mach ich aber erst mal... Okay... Ich hab gleich zwei... Aufträge... Würde ich erst mal... Da durchfahren... Um... Den zu erledigen... Hm... Das sieht nach hohem Wasser aus... Zumindest hier... Nee... Gar nicht... Ist gar nicht so... Hm... Hm... Okay... Hm... 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 Nein... 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 Nicht gut. Ist da draußen jemand? Wir sind im Flugzeug. Holt uns hier raus. Danke, Mann. Hey, das Heck der Maschine ist volles Hell-Equipment. Greifen Sie zu. Gehört alles Ihnen. Hm. FM71M. Okay. Klingt gut. Jetzt müsste ich hier nur noch irgendwie reinkommen. Ähm. So was ist. Bringt den Waffenkicker. Nein, das versteckt Müllungsfeuer. Oh, das hat gar keine Range. Moment. Nur. Nur zu wenig Schuss. Hm. Ist das ein bisschen doof. In diesem Dorf vielleicht da nicht rankomme. So, vielleicht komme ich. Schade, kein Bug. Dafür sind die hier eben ein totaler Bug. Ah. So scheint es zu funktionieren. Da haben wir nochmal das Gewehr. Da haben wir Spezialmanitionen. Spezialmanitionen. Man kann eigentlich nicht genug haben von diesem Kanon. Wo ist denn jetzt mein Fahrzeug? Das ist ja jetzt leider für die Füße. So, halb jetzt. Es brennt immer noch, ne? Ja. Leider brennt es immer noch. Dann würde es ja eigentlich dem Ding mal gut tun, wenn ich ins Wasser fahre. So. 300 Meter in die Richtung. Zumindest zu Transportzwecken eignete sich noch zum Kampf. Jetzt nicht mehr. Da habe ich es wohl zu lange im feindlichen Feuer stehen lassen. Ich glaube, ich muss hier rum. Aber ich hoffe doch jetzt mal, dass die Flugzeuge sich fürs Erste erledigt haben. Ähm.